hallo mit einer fritz box etwas älteres modell und ein usb stick in der richtigen größe kannst du deinen online speicher über die fritz box verwalten lassen das heißt du kannst hier was drauf kopieren und die fritz box schiebt ihn dann auf den online speicher wann ist das zum beispiel sinnvoll wenn du größere datenmengen immer wieder online verfügbar machen willst kopiert sie auch die fritz box und abends übernimmt die fritz box einfach den abgleich der daten mit deinem online speicher das geht zwar leider nicht mit sowas wie one drive icloud oder google leider nicht aber es gibt viele andere dienste gmx web.de blablabla da kannst du das ganze problemlos machen und ich zeige dir mal ganz schnell wie du das einrichtest und dann auch auf deinem laptop pc sehr einfach nutzen kannst klar zunächst muss ich einloggen auf deiner fritz box oberfläche unter fritz.box und dann mit dem normalen passwort das hinten auf der fritz box steht oder dem dass du halt geändert hast im normalfall landest du hier oben in der übersicht du musst aber gehen zum heimnetzwerk und wenn du den usb stick angeschlossen hast hast du hier usb sticks und speicher und hier unten ganz einfach online speicher aktivieren ich habe jetzt hier mal schon meine nutzerdaten eingetragen nicht erschrecken das passwort wird direkt angezeigt und dann kannst du hier noch verschiedene dienste auswählen die das alle anbieten das problem ist du brauchst web.de v und das haben halt die großen icloud one drive was hat mir noch google die bieten das leider alle nicht an die hier bieten das an es gibt natürlich noch mehr anbieter die sowas haben und dann hast du dort ja deine mehreren gigabyte je nachdem wieviel du da hast und ja anschließend nur noch auf übernehmen klicken so und das war es übrigens schon er hat sich auch gleich so benannt und jetzt musst du in deinen können wir erstmal hier rausgehen das war es nämlich schon nur ein paar klicks brauchst du halt deine nutzerdaten für deinen online speicher und auch die zugangsdaten kriegst du im normalfall auch vom anbieter hier sind ja einige schon hinterlegt gewesen und jetzt brauchen wir einen explorer so ungefähr sollte dein explorer aussehen vielleicht mit ein paar laufwerken weniger als bei mir und ganz wichtig wir wollen jetzt ein netzlaufwerk verbinden das heißt du gehst unten auf dein netzwerk und dann hast du hier schon computer und da das wäre das ist hier mit der eigene computer irgendein laptop der rumgeistert und im normalfall das ding mit dieser ip adresse und der eins hinten dran das ist deine fritzbox da müsste jetzt eigentlich noch ein fenster erscheinen wenn du es noch nicht eingerichtet hast da gibst du benutzernamen und kennwort ein das funktioniert mit admin und dem kennwort hinten auf deiner fritzbox das funktioniert aber auch mit einem von dir angelegten benutzer in der fritzbox solange der natürlich dann auch zugriff auf den online speicher hat das nennt sich dann hier fritz nas da gehst du einmal mit der rechten maustaste drauf und hast hier ein windows 11 das ist ein bisschen blöd gemacht hier unten weitere optionen und da kannst du dann hier unten ein netzlaufwerk verbinden da gibt es den laufwerksbuchstabe der wird verteilt hier ist die adresse dazu dann hier verbindung beim anmelden wiederherstellen ja klar auch die benutzernamen und kennwort der fritzbox das speicherst du natürlich in deinem explorer damit du jederzeit wieder reinkommst hier geht es auf fertig stellen und dann sieht das so aus dann hast du hier unten diesen grünen balken wenn es mal nicht verbunden ist ist dann rotes x durch jetzt ist es grün das heißt der speicher ist da und du kannst wie auf eine normale festleute drauf zugreifen und hier unten hat sich schon der online speicher eingeschlichen einmal drauf geklickt und dann ist es das exakte spiegelbild deines gmxweb.de freenet was auch immer online speichers mit allen dateien und dateien ordnern die du drin hast und auch natürlich den jeweiligen freigaben wir gucken mal in eins rein das wäre meine bilder ist ja etwas leer jetzt gerade aber jetzt kannst du hier einfach auf deinem computer von deinem laptop von deinem pc was auch immer hier dateien reinschieben und danach wenn die fritzbox dann lust hat im normalfall macht sie das dann relativ schnell und zügig aber wenn es eine größere datenmenge ist und das jetzt mal zwei drei stunden dauern sollte weil doch dein internet etwas lahm ist warum auch immer oder es viel zu viele dateien sind macht die fritzbox das über nacht dein rechner ausgeschaltet das interessiert dich nicht mehr und die fritzbox mit ihrem verbrauch von 23 watt schiebt das ganz lässig darüber also praktisch ist es auf jeden fall das kann man mal ausprobieren dann bis zum nächsten mal 5 0 Untertitelung des ZDF, 2020